Wir können das verschieben. Und was macht das, wenn ich das so drauf schieße? Ich kann es nur... ...hier hin. Ah ja. So, genau hier gegenüber dann wahrscheinlich. Das heißt, mit dem muss ich direkt da drauf schießen. Also, mit dem hier da drauf. Dann kriege ich zwei... ...ja genau, dann kriege ich zwei... ...alles richtig so. Dann gehen wir schön zu dem. Ja, denn das müssen wir dann wahrscheinlich... ...auf unser Ziel ausrichten. Und zwar da. Das ist korrekt. Das hier rüber. Hier rüber. Dieses hier können wir dann wegnehmen. Und da drauf. Zack. Hätten wir Rätsel eins gelöst. Und Rätsel zwei haben wir schon richtig verschoben. Das heißt, wir schieben das nur noch dahin. Und das müsste es gewesen sein. Die Quelle steht uns offen. Ich...